Luke, in deine Fresse, in deine Fresse, Luke. Friss das. Was geht ab, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Wir spielen eine Runde Kampfläuferangriff. Und ich hoffe, die läuft jetzt auch. Denn, äh, ja, gab's, es gab's schon wieder, ach, egal. Ich will gar nicht wieder anfangen, bevor es überhaupt angefangen hat. Nein! Scheiße, Mann. Aber, ja, ey, Leute, ich glaube wirklich, ich glaube, lange hält das Spiel nicht mehr durch. Ich glaube, bald ist es wirklich tot. Ohne Scheiße. Aber das werden wir sehen. Leute, wenn ihr trotzdem noch Bock habt auf, äh, Videos zu Star Wars Battlefront, ein bisschen was zu tun ist, lasst auf jeden Fall ein bisschen Support da, unterstützt den Scheiß hier, wenn ihr natürlich Bock drauf habt, ist klar. Ansonsten, ja, schauen wir einfach mal, was jetzt so geht hier. Ja, das wäre natürlich nice. Warte mal, ja, ich hoffe, die Lobby ist diesmal voll, das ist schön. Ähm, wäre natürlich nice. Was macht der da? Okay. Oh, da war schon mal ein Loop bereit, ey. Es wäre natürlich nice, wenn ich irgendwie so 50 Kills machen würde. Das wäre schon nice. Mehr werden es wahrscheinlich nicht. Äh, glaube ich nicht. Rache, Junge. Rache. Schmeckt gut. War da noch eine? Nein. Aber Luke waitet da hinten, die kleine Kackflaune. Oh, das ist knapp, Alter. Jetzt gibt's Rache, Junge. Jetzt kommt's Pro Noob Tutorial Nummer 2, Junge. Was geht? Jetzt geht's richtig, gesagt. Aufgepasst, jetzt check die Scheiße aus. Check die Scheiße. Ich komm nicht voran. Alles klar. Okay. Alles klar. Ich komm hier nicht runter. Er klettert da nicht runter. Er macht's nicht. Jetzt. Was ist los mit dir? Da kannst du nicht runter. Ah, der ist zu hoch, war. Da wollen wir nicht übertreiben. Nicht, dass du über deine kleinen Beinschen stolperst. Das wäre schön. Schön doof. So. Vor allen Dingen, ich habe jetzt gerade kurz davor, bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, habe ich eine richtig geile News gelesen. Für mich zumindest. Ja, da hat absolut gar nichts mit Star Wars zu tun oder so. Aber, für mich persönlich, als absoluten Fan von diesem, ja, von diesem Mann einfach, hat mich das richtig gefroren. Und zwar kriegt anscheinend, das heißt anscheinend, den News war ja da, kriegt, äh, alles klar, ich habe mich weggewichst mit einer Rakete oder was? Schon wieder der Typ auf die Liste mit dem Stück Scheiße, Jan, du weißt Bescheid. Kriegt Jackie-Chan tatsächlich für seinen Lebenswerken Oscar, Alter. So muss es nämlich sein. Es ist für mich, es ist schon, er ist, wenn ich wirklich ins Innere von mir gehe, ist er für mich der beste Showspieler aller Zeiten. Also, mein Lieblingsshowspieler, sagen wir es mal so. Ähm, denn, ich weiß nicht, ey, ich guck den, ich guck den so lange schon, ich weiß nicht, wie, wie lange schon. So viele Filme, boah, ey. Scheiße, der Typ, der kann einfach alles, der ist für mich eine absolute Überlegende, Überlegende. So einfach ist das und deswegen freut mich das wirklich sehr. Und es ist erschreckend, Alter. Es ist schon damals erschreckend gewesen, als ich ein kleiner Furz war. Äh, und gesehen habe, wie alt der Mann ist. Wie alt der damals schon war, als Luke Action wieder in meine Fresse. Und er ist 62 Jahre alt schon. 62 Jahre alt. Oh Gott. Ablink-Aktivierung stoppen. Seht zu, dass wir offline bleiben. Ne, Leute, also wirklich. Weil es lustig ist, ich habe mir tatsächlich vor, ähm, ich glaube, zwei Wochen ungefähr. Ja, so anderthalb, zwei Wochen. Habe ich mir tatsächlich, äh, seine Biografie gekauft. Oder eine davon. Es gibt anscheinend mehrere. Auf dem Cover ist auf jeden Fall ein Bild von Shanghai Nun. Ist auf jeden Fall dementsprechend auch nicht die alleraktuellste. Ähm, aber ich habe noch nicht angefangen zu lesen. Aber das wollte ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Denn, ja, wie gesagt, für mich absoluter Lieblingsschauspieler. Es gibt auch viele andere, die ich extremst feiere. Aber er, wie gesagt, ist für mich einfach eine absolute Legende. Er kann einfach alles. Unnormale Stunts. Es gibt keinen, der so krasse Stunts gemacht hat. Trotz Star-Daseins. Auch das revolutioniert und so weiter. Das Ganze, den ganzen Kampf abläuft mit der Choreo und so weiter. Wie er da auch später dann endlich mal Hollywood aufgemischt hat und so weiter. Mann, Mann, Mann. Singen kann der vor allem auch richtig krass. Das wissen wahrscheinlich einige von euch gar nicht. Er kann richtig geil singen auch, ne? Ich verstehe zwar kein einziges Wort, wenn er auf Kantonesisch am Singen ist. Aber trotzdem singen kann er und Schauspieler kann er auch richtig gut. Also nicht nur den Clown, sondern auch richtig Drama-Schauspieler. Wie gesagt, das ist eine absolute Überlegende. Da kommt für mich auch kein Arnold oder sowas ran. Ich finde auch Arnold, man absolute auch Arnold-Fan natürlich. Wenn man Kind der 90er ist, oder auch Kind der 80er, dann ist man natürlich zwangsläufig. Ich weiß nicht, kann man da vorbeikommen? Man kann gar nicht. Und warum sollte man auch? An Star, an Stallone und an Arnie und so weiter. Warum sollte man an den vorbeikommen? Das geht eigentlich gar nicht. Aber für mich ist Zeke Januar eine Stufe drüber. Das ist für dich, Zeke Januar eine Stufe drüber. Das ist für dich, Zeke Januar eine Stufe drüber. Tod, Mann. Geil, ey. Da freue ich mich schon drauf. Es geht doch mal rein, äh, wollte ich schon sagen. Nein, nein, nein. Oh. Luke, in deine Fresse! In deine Fresse, Luke! Friss das! Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Oh, scheiße. Wuhu! Oh, bitte, Angripe, Mann. Was geht denn? Ich habe schon 22 Kilo. Also, ja. Pfffuh. So. Hey, komm zurück. Zurück an die Front mit dir. Soll ich die mal alle hier wegwixen? Kurze Hand? Na klar doch. Zieh's durch, Sobman. Zieh's durch. Und tot. Alles klar. Der Spaß, Mann. Warum tust du mir das an, du Stück Code, du hässlicher Pisser, Mann? Oh, ruhig bleiben jetzt hier. Ich wollte mich nicht aufregen, ich bleib cool, aber es ist schon wieder, ach, das ist, es ist so passend einfach, warum, warum passiert mir diese Scheiße immer, kann mir das jemand erklären, ne, ihr könnt es mir nicht erklären, wisst ihr warum, weil ich mich das schon seit, äh, wie alt war ich nochmal, achso, 13 Jahre Frage, wie kann das sein, warum ist das so bei mir, ich weiß es nicht, Ethan, der kommt auch auf die Liste, man. Ich heule gleich, nein, Spaß, ich mach die jetzt kaputt, Alter, scheiß drauf, ich zerfick die Bisser jetzt, hab dich einfach mit dem Falschen angelegt, ihr kleinen Wichsgesichter, ihr hässlichen Mannes, fress das, Alter, jetzt mach mal ein paar Kills, hallo, hallo, ein Kill bei Padrone, Kampfmeister 25 Kills, willst du mich verarschen, ich meine, willst du mich verarschen, du weißt, all deine Jungs haben, naja, Spaß, ich denke, voll durch, oder? Oh, shit. Ja, wo bist du? Fress das, Junge. Alles klar, heftiges Aiming am Start, oder was? An Solo kenne ich nicht. Ah, da ist noch dieser Hans-Schmolo, äh, Hans-Schmolo, Solo, YOLO. YOLO? So, sauber, hau da weg. Was, was erlauben dir, Strunz? Was erlauben dir, Strunz? Warum brüll ich eigentlich wie ein Affe, man? Was ist los mit mir? Du entkommst hier nicht. So sieht's aus, ja. Ihr seht mich, weil ich white bin, man. Ich stecke fest. Ich stecke fest! Ich komm hier nicht mehr raus. Ohne Scheiß, ich komm hier nicht mehr raus. Rollen? Roll is shit? Rollbraten, Johnny? Jetzt, jawohl, nicht mit mir. Oh, noch verhaltsam, tot. Der ist schon wieder, schon wieder, der. Warum? Warum? Friss das, bitte mach einen Weg. Schon wieder, er! Was ist denn los mit dir? Da hast du's. Hey, warum bin ich in der Ego-Perspektive? Scheiße, Mann. Nein! 37 Kills. Schaffe ich die 50 sogar noch, vielleicht? Oh, jetzt hast du's gesagt, Marcel. Oh shit, jetzt wird es nichts mehr. Ähm, jo. War nett mit dir. War ne nette Runde bis hierhin. Alles klar, danke. 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 Hey, ey, 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 ey. Nee, bleib ruhig, Marcel. Bleib einfach ruhig, bitte jetzt mal eigentlich. Das ist einfach das südländische Temperament. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, das geht einfach nicht anders. Das geht nicht anders. Da ist er doch schon wieder. Da ist er doch schon wieder in seinem Blaumann. Wie er sich tarnt, weißt du? Schon wieder, er! Oh Gott, er ist mein absoluter Erzfeind. Ich glaube, er ist der Spieler, der mich am häufigsten getötet hat jemals. Kann das sein? Das war ja mindestens das sechste, siebte Mal oder so. Oder ich kann nicht zählen. Alles klar, über mir fangen sie jetzt in dem Moment an zu... Das kann nicht sein. Zieht euch das rein. Zieht euch das rein. Hat der nur mich getötet? Ich glaube, der hat nur mich getötet. Jetzt fangen sie an zu bohren. Ich habe gerade gehört, dass sie bohren. Was ist los? Tatsächlich. Sie bohren. Alles klar. Nee, 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 nee. Ich habe einen Hitmacher bekommen. Der hätte tot sein müssen. Er hätte tot sein müssen. Alles klar, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Da bist du, du Stück Scheiße, Alter. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich, das Spiel ist bald tot. Ich glaube es wirklich. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich glaube wirklich, das Spiel ist bald tot. Ich weiß nicht. Mal sehen, inwieweit der Todesstern-DLC-Spiel nochmal ganz kurz so wiederbeleben kann. Weißt du? Sanitäter-Style halt. Aber ich glaube, lange hätte das Spiel nicht mehr durch, Leute. Spätestens, ich glaube spätestens Oktober. Er überlebt es schon wieder, du Schindelbacke. Warum, warum, warum? Ich glaube, spätestens Oktober ist das Spiel tot. Das ist, ähm... Das ist, glaube ich, abzusehen, Leute. Ich kann jetzt hier nicht... Ja, die 50 Spiels schaffe ich eh nicht mehr. Ich schaffe die nicht mehr. Weil, einfach im Oktober, dann die ganzen anderen Spiele rauskommen. Und ich sage euch so, wie es ist. Wir spielen Star Wars Mittelfrist schon sehr, sehr lange. Ich hätte niemals gedacht, dass es so lange auf dem Kanal abgeht. Also, was heißt abgeht. Abgehen tut es jetzt nicht unbedingt. Ähm... Aber, dass es so lange ein Bestandteil ist des Kanals. Es wird auch so weiterhin noch bleiben, ja. Also, keine Sorge. Ähm... Aber, auch wenn ich jetzt sehe, so, bei euch geht das Interesse ja auch wirklich in letzter Zeit, die letzten Videos immer wieder zurück, was ein Schlimmes ist, so. Dann kommt halt nicht jeden Tag ein Video. Ganz einfache Sache. Muss auch nicht. Und, äh... Ab Oktober, wie gesagt, äh, ist ja nicht nur bei mir so. Da werden die meisten von euch, äh, sich ein Battlefield 1 zulegen und ein Call of Duty zulegen, was natürlich Anfang November rauskommt. Aber ihr wisst schon, was ich meine, worauf ich hinaus will. Also, in Titanfall zulegen, ähm, das sind für mich so die Multiplayer-Spiele, die dieses Jahr abrocken werden. Und, ähm, ich glaube, so im Großen und Ganzen werden die wahrscheinlich sogar besser sein als Star Wars Battlefront an sich. Ja? Oh, Mann. Überraschung. Du bist ein Schwach. Du bist ein Schwach. Ach ja, Schlein kann man hier gar nicht. Wie ist das? Und wie ist das? Ich muss es zu Ende bringen, jetzt ist es Tag. Das geht ganz schnell. Verfutter, du verrecht nicht. Ey, Ulle, was ist das? Was war das? Was war das nochmal für eine Käsehire? Ich hab 65 Geld, Alter. Was war das für eine heftige Käsehire mit Boba, Schmoba. Alter, wie geil. Was für eine geile Käsehire am Ende nochmal. Einfach reingegangen und zerstört, Alter. So muss es laufen. Scheiß, die man da. Puh, okay. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Also wie gesagt, ich glaube, Star Wars Battlefront ist wirklich bald tot. Sobald Titan vollkommen, hab ich auf jeden Fall mehr Bock. Wird ein besseres Spiel, glaube ich auch. Battlefield 1 macht mir in der Beta schon unnummern Laune. Unnummern Laune. Und da gibt es einfach nur eine Scheiß-Map, warum auch immer. Da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Wurde mir auf jeden Fall mehrfach gesagt. Bei Call of Duty, gut, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Da soll es ja wieder so werden vom Gameplay her wie bei Black Ops 3, zumindest Infinity Warfare. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Aber COD 4 ist für mich persönlich immer noch das allerbeste COD überhaupt. Allerdings, wie es heutzutage ist mit den ganzen Über-Pro-Gamer-Kids und so weiter. Die werden mir eh den Arsch aufreißen. Deswegen, na, mal gucken. Und was viele von euch nicht auf dem Schirm haben, weil ihr Deutsche seid, zumindest in Deutschland lebt. Und in Deutschland ist es halt leider, leider viel zu klein, die Marke. Warum auch immer. Ist Gears Auvant. Gears Auvant 4 ist für mich auch absolutes Highlight dieses Jahr. Ich freue mich auf dieses Spiel. Ich liebe Gears Auvant. 2006 kam der erste Teil raus und ich habe den so gesucht. Ich erzähle es immer wieder. Ja, ja, bla, bla, bla. Die Leute, die schon länger dabei sind, wissen es. Aber ich war damals auch so gut, Alter. Das wird nie wieder so sein. Natürlich nicht. Aber ich freue mich einfach mit dem gleichen Kumpels von damals, dieses Spiel wieder zu zocken. Und die Beta hat mir schon richtig Laune gemacht. Allerdings ist Gears Auvant nichts für den deutschen Markt. Warum auch immer. Juckt die Leute nicht, weil sie ist... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist halt eine Microsoft-Marke. So einfach ist die Geschichte. So. Gut, Leute. Das war's. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Und ja. Wir werden mal sehen, wie lange das noch mit Star Wars... Ja, wie lange das noch mit Star Wars kommt. Geht, meine ich. Weiter geht. Weil, ja. Im September kommt ja der Todesstern-DLC. Dann schauen wir mal, ob das noch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen was nochmal beleben kann. Aber ich glaube, Ende Oktober ist Schluss. Und ich sehe es ja auch an euch. Wie gesagt, das Interesse ist irgendwann weg. Die haben es halt einfach verkackt mit den DLCs. Haben sie es einfach verkackt. Ist einfach so. Ist auch egal. Das Thema hatten wir schon mehrfach. So. Das war's. Haut rein. Tschüss. Und der Nummer. Ja.